Avjukd ist mit seinen beiden Opas auf dem Sportplatz. Super gefangen! Opa muss noch ein bisschen üben. Aber dafür sind die drei ja auch hier, um zusammen fangen zu üben. Jetzt klappt es wie am Schnürchen. Naja, fast. Es ist aber auch gar nicht so leicht mit solch einem kleinen festen Tennisball. Darum üben die drei auch immer weiter. Jaaa! 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 Jaaa!